Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuts.de Heute mal wieder ein neues Tutorial für euch. Im letzten Video habe ich euch ja hier diesen Rüstungsständer Wechsler oder Rüstungswechsler gezeigt. Wer das Ganze nicht gesehen hat, den kann ich erst mal kurz vorführen. Wir drücken hier einfach den Knopf und der wechselt hier zwischen drei Rüstungen die ganze Zeit hin und her. Das heißt, wenn wir mal mit der Gold spielen wollen, können wir die hier rausholen und die Eisen dann reintun und so weiter und so fort. Ihr wisst ja, wie das Ganze abläuft. Wer das Video nicht gesehen hat, der schaut einfach mal in die Beschreibung. Dort findet ihr dann den Link zu dem Tutorial. Das war auch relativ einfach. Aber heute wiederum zeige ich euch einen sogenannten Amor-Shop oder Rüstungs-Shop. Das heißt, wenn du einen Shop in deiner Welt führst, können wir einen sogenannten Rüstungsstand machen. Das heißt, ein Spieler wirft eine bestimmte Anzahl an Blöcken oder an Ressourcen rein. Und sobald dann diese Ressourcen da drin sind, also die richtige Anzahl, öffnet sich hier das Fenster und man kann die Rüstung rausnehmen. Und ich werde das Ganze einfach mal vorführen. Wir stehen hier vor dem Trichter. Das sind by the way zwei, aber das werden wir gleich beim Bau erstmal sehen. Ich habe jetzt einfach mal den Preis für die Dier-Rüstung auf 16 Gold festgelegt. Das ist natürlich so gesehen sehr schwachsinnig, weil das einfach viel zu billig ist. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Und zwar ist dann hier der Spieler, der sich gerne die Rüstung kaufen will. Und der wirft dann einfach diese 16 Goldwaren da rein. Dann dauert es einen kleinen Moment. Eine Redstone-Leitung wird aktiviert. Das Licht hinten geht aus und die Fenster öffnen sich. Und wir können dann hier diese Rüstung rausholen und dann, was weiß ich was, anziehen und so weiter und so fort. Und als Shop-Besitzer muss ich das Ganze dann wieder kurz reaktivieren. Das heißt, diese 16 Goldwaren muss ich dann da wieder rausholen und eine neue Rüstung reintun. Das ist zwar ein bisschen aufwendig, aber trotzdem ist das allgemein sehr, sehr einfach zu bauen. Und bevor wir zu dem Bau kommen, erzähle ich euch natürlich erstmal, was wir da für Materialien benötigen. Für den Bau dieser Konstruktion benötigen wir eine Redstone-Fackel, 10x Redstone, 2 Trichter, einen Redstone-Komperator, 2 haftende Kolben, so rum, einen Redstone-Block, einen beliebigen Baublock, womit wir das Ganze bauen wollen, dann nochmal 2 Glasscheiben und 2 Redstone-Lampen, die, by the way, eigentlich optional sind. Das heißt, wenn du da kein Licht haben willst, kannst du da auch ganz normale Blöcke hinmachen. Sieht aber meiner Meinung nach einfach besser aus. Als erstes suchen wir uns dann mal die Stelle aus, wo wir gerne diesen Shop hinbauen möchten. Ich mach das jetzt einfach mal hier. Und da, wo wir dann diese Fenster hinbauen wollen, bauen wir uns dann einfach mal 2 in den Boden rein. Das heißt, ein 2. Und dann hier kommt dann einfach mal der erste klebrige Kolben hin. Darauf kommt dann auch schon die erste Glasscheibe. Wenn wir das Ganze gemacht haben, nehmen wir unseren Baublock. Ich hab jetzt einfach mal Akazienholz genommen. Das könnt ihr wirklich selber entscheiden, was ihr da benutzt. Und jetzt bauen wir uns einfach mal 5 Blöcke in die Höhe. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5. Springen dann kurz runter und die unteren 4 bauen wir dann auch schon wieder ab. 1, 2, 3, 4. Hier an der unteren Seite des letzten schwebenden Blocks da oben, sag ich jetzt einfach mal, kommt dann der zweite klebrige Kolben. Mehr werden wir dann auch nicht brauchen. Und außerdem dann nochmal die Glasscheibe, die letzte. Zack. Und dann entscheiden wir, was wird denn die Vorderseite des Shops. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Vorderseite hinmachen will, dass hier die Leute stehen und dann sagen, ja hier schmeiß ich die Sachen rein. Dann bauen wir uns hier auch einfach mal 2 Blöcke nach unten. Hier kommen dann die beiden Trichter hin. Dafür springen wir einfach mal kurz hier runter. Gehen in den Sneak-Modus. Das heißt, wir müssen gebückt sein. Springen und platzieren dann einfach mal diese beiden Trichter hier. Wenn es jetzt auch mal funktionieren würde. Aha. Es hat funktioniert. Wenn wir das dann gemacht haben, wie gesagt, das hier ist dann die Vorderseite des Shops. Gehen wir zwei Blöcke nach links. By the way ist es nur einer. Warum sage ich zwei? Aber so gesehen sind es dann zwei. Also eins, zwei, eins, zwei. Und bauen uns halt ein oder zwei Blöcke nach unten. Hier brauchen wir dann auch schon den Redstone-Komparator. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr den so platziert, dass er hier sozusagen in die Trichter rein zeigt. Wie das gleich funktioniert mit dem Redstone-Komparator werde ich dann gleich nochmal zeigen. Dann springen wir mal kurz hier runter. Weil wir müssen hier neben den Redstone-Komparator rechts neben dem Komparator den Block hier wegmachen. Und den Block hier auch nochmal. Hier kommt dann der Redstone-Block hin. Auf diesen Redstone-Block, Freunde, ganz wichtig, kommt dann auch schon ein Redstone-Staub. Und dann gehen wir hier auch schon weiter. Hier kommt dann einfach unser Baublock hin. Hier in dem Fall ist es jetzt einfach mal Holz. Und wenn wir das Ganze hier gemacht haben, müssen wir noch fünf Blöcke in diese Richtung bauen. Das heißt, von hier gesehen gehen wir einmal hier hoch. Nach rechts ist es jetzt bei mir, bei euch müsste es dann auch rechts sein. Und wir bauen uns dann einfach mal fünf Blöcke nach da. Eins, aber immer zwei Blöcke tief. Habe ich vergessen zu sagen. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Das waren jetzt vier. Und beim letzten, also beim fünften, bauen wir nur noch den oberen Block weg. Jetzt brauchen wir unsere Redstone-Fackel. Die platzieren wir einfach hier dran. Und dann benötigen wir auch nur noch Redstone-Staub. Das tun wir einfach mal hier hin, hier hin, hier hin und hier hin. Und auch nochmal hier hin. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal hier von oben. So sieht das bisher aus. Aus, ähm, die zwei Trichter. Redstone-Komparator, ganz wichtig. Redstone-Block mit Redstone-Staub drauf. Unser Block. Dann eine Redstone-Fackel. Logischerweise ist hier dann ein Abstand, weil man hier keinen Redstone-Staub hinbauen kann. Ganz wichtig, achtet auf jeden Fall darauf, dass das Redstone am Leuchten ist. Sonst habt ihr irgendwie was falsch gemacht. Dann ist die Redstone-Fackel zu weit weg. Hier diese beiden Blöcke machen wir dann auch mal weg. Damit wir hier das Redstone zum Kolben verlängern können. Der sollte dann auch sofort losspringen. Damit das Signal aber noch zu dem oberen Kolben gelangt, müssen wir das natürlich auch noch da hoch verlängern. Das heißt, hier kommt einfach mal ein Block hin. Hier kommt dann noch. Machen wir so eine Art Treppe. Das heißt, hier nochmal in Redstone-Staub. Hier nochmal in Redstone-Staub. Obwohl, stimmt. Siehst du, da habe ich schon das erste falsch gemacht. Und zwar kommen hier die Redstone-Lampen hin. Was heißt falsch? Ihr könnt da natürlich auch ganz normale Blöcke hinmachen, wie ihr das möchtet. Aber ich mache da einfach Redstone-Lampen hin, weil das einfach, ja, sieht sneaky aus, würde ich mal sagen. Wie gesagt, hier dann auch mal Redstone verlängern. Und dann nochmal euren Baublock an die Glasscheibe hier platzieren. Zack. Und nochmal zum letzten Mal Redstone-Staub, damit der Kolben hier auch losspringt. Ich zeige das Ganze jetzt nochmal von vorne. Beide Scheiben sollten jetzt unten sein. Also man sollte da jetzt nicht mehr rankommen. Das sieht jetzt noch ein bisschen komisch aus, weil wir noch keine seitlichen Blöcke hier gebaut haben. Aber so gesehen war das dann auch schon die Redstone-Leitung. Jetzt kommen wir mal zu der Preisfestlegung. Dafür entferne ich einfach mal hier alles aus meinem Inventar. Wir nehmen jetzt einfach mal, ähm, diesmal nehmen wir Eisen. Wir holen jetzt einfach mal ein Stack Eisen raus. Und jetzt brauchen wir noch vier Blöcke, die nicht stackbar sind. Das heißt, Blöcke, die man nicht aufeinander stapeln kann. Ihr seht, die Eisenblöcke oder die Eisenbahnen kann man stacken. Jetzt brauchen wir aber einen Item oder einen Gegenstand, was man nicht, äh, also dem man nicht stacken kann. Dafür nehmen wir einfach mal das Bett. Davon brauchen wir dann vier Stück. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt gehen wir zu den unteren Kolben. Das ist ganz wichtig. Ich sage immer Kolben, obwohl es ein Trichter ist. Das habe ich schon mal ein Tutorial gemacht. Auf jeden Fall zu dem unteren Trichter. Ganz wichtig, der untere. Da kommen dann erstmal die vier Betten rein. Aber das letzte Bett tun wir nach ganz rechts. Also, dass der linke Bereich hier komplett frei ist. Jetzt legen wir unseren Preis fest. Das heißt, wenn diese Rüstung einfach mal, sagen wir mal, 16 Eisenbahnen kosten soll, nehmen wir die einfach mal in die Hand. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreißen, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Haben wir hier unsere 16 Eisenbahnen. Aber wir tun nicht die 16 da rein, sondern die 48 Blöcke da rein. Das heißt, der Trichter ist in 16, also mit 16 weiteren Blöcken voll. Also, Eisenbahnen voll. Und wenn der Trichter voll ist, wird ein Signal weitergegeben an den Redstone-Komparator. Der gibt das Ganze dann an die Redstone-Facke und dann deaktiviert die, oder deaktiviert die Redstone-Leitung hier die ganze Leitung und das fährt runter. Und sobald wir dann diese Blöcke hier wieder rausgeholt haben, wird die Redstone-Leitung wieder aktiviert. Ich werde das Ganze einfach mal zeigen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier rein tue, in den unteren Kolben, komme ich da jetzt auch mal dran, dann wird die Redstone-Leitung sofort deaktiviert. Ihr werdet jetzt links sehen, werdet. So, die Redstone-Leitung ist deaktiviert. Das Ganze fährt wieder nach oben, also die Kolben fahren nach oben. Und damit das Ganze auch besser aussieht, machen wir hier noch eine kleine Umrandung drum. Aber wir können das, by the way, sowieso jetzt mal zubauen. Ich mache das jetzt einfach mal mit Holz. Ist natürlich total dumm. Achtet auf jeden Fall darauf, dass ihr hier keinen Block hinbaut. Weil sonst wird die Redstone-Leitung hier unterbrochen, wie ihr seht. Und das bringt dann natürlich nichts. Und zwar bauen wir das jetzt einfach mal so. Zack. Hier kommt auch euer Redstone, wollte ich schon sagen, Rüstungsständer hin. Aber dazu kommen wir gleich. Und zwar machen wir das erstmal zu. Jetzt nehmen wir nochmal den Rüstungsständer. Der war hier hinten. Und zwar kommt er hier einfach drauf. Und das war es dann eigentlich auch schon mit dem Tutorial. Das heißt, wenn die Redstone-Leitung jetzt deaktiviert ist, müssen wir hier einmal kurz reingreifen. Zack. Und holen da wieder die Eisenbahnen raus. Dann wird das Ganze wieder hochgefahren. Und dann können wir auch schon den neuen Preis festlegen. Wir können ja diesmal 32 machen. Und wenn ich dann hier oben bin, werbe ich einfach 32 Eisenbahnen rein. Zack. Und dann sollte die Redstone-Leitung wieder deaktiviert werden. Und wir können dann so auf die Rüstung zugreifen. Das dauert jetzt ein bisschen, weil es natürlich 32 Blöcke sind. Und ja, das war es dann auch schon mit dem Tutorial. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat. Ich würde mich sehr über eine positive Wertung freuen. Danke auf jeden Fall für das Feedback auf dem letzten Tutorial. Das hat mich sehr gefreut. Waren sehr, sehr viele Likes am Start. Und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend. Und haut rein, Freunde.